Meine Frau. Haben Sie Urlaub? Äh, Urlaub? Ja. Und deiner Meinung nach ist das normal, wenn einer so mir nichts, dir nichts, einfach weg geht. Aber ich habe nichts getan. Sie haben mich an der Autobahn vergessen. Ich bitte Sie, mich mit einer etwas ausführlicheren Erklärung zu versorgen. Dr. Balletta schläft nicht mehr, er isst nicht mehr. Das kann Ihnen ja wohl nicht gleichgültig sein. Gefangst! Wenn er nicht nur leicht berührt, brenne ich lichterloch! Fernando! Rosalma!